Der Kalea Bier-Advent-Kalender-Wahnsinn, Tag 23, der vorletzte Tag. Leider. Hallo, meine Freunde des Mittelalters, hier ist Anders von Schan, mal auf KWO-TV, heute wieder mit... Manfred, den Michelbach am Unschränk. Ja, und gleich zu Anfang, deutscher Bier-Advent-Kalender, jeder, der auch den deutschen Bier-Advent-Kalender gehabt hat, beziehungsweise hat, ja, hat wahrscheinlich heute diese Geburtsschwierigkeiten gehabt, ja. Diese Flasche geht nicht durch das vorgestanzte Loch, geht nicht. Ich musste aufreißen, ja, Damschnitt, und hab's dann endlich rausgekriegt, es ist ein Bayerisch-Hell-Mini. Hm. Ja, ich find die Flasche sehr amüsant. Es ist ein Landsknecht drauf mit Katzbeiger. Ich mein, nicht jeder erkennt, dass dieses schwarze Ding nach hinten ein Katzbeiger sein soll, aber... Ja, von Schwarzbräu, ein Bayerisch-Hell-Mini, ja. Also, ich bin sehr, sehr, sehr erfreut. Es hat 4,8 Volumenprozent Alkohol, klassisch mild und vollmundig süffig. Unser Bayerisch-Hell-Mini verwöhnt mit angenehm feinwürzigem und ausgereiftem Geschmack ein typisch bayerisches Bier für frischend helle Momente. Wir bei Schwarzbräu brauen in Familientradition seit Generationenbiere von herausragender Premiumqualität. Diese Leidenschaft hat uns zu Deutschlands meistprämierter Brauerei gemacht. Meistprämierte Brauerei. Das ist eine Vorlage. Ja, Bayerisch-Hell, da klatscht die Leberbegeisterung. Im österreichischen Bier-Adventskalender-Wahnsinn. Anlässlich des Lutherjahres ein Lutherbier. Gefährlich ehrlich steht da drauf. Halten wir bis März 2018, wie mit Zerbräu, im Kreig, in Kiernten. Ui, ein Kärntner Lutherbier. Aber die Kärntner sind doch katholisch, dachte ich. Nein, nein, die Oberkärntner Gemeinden sind diese evangelischen Gemeinden. Ah, wie du was gelernt hast? Es gibt in Österreich nämlich total wenig evangelischer eigentlich. Ja, es gab einige wenige, also Oberkärnten, Steiermark, Oberösterreich, Salzburg. Diese Bekämmergemeinden, die sich auch trotz gegen Reformation am Lutherismus festgehalten haben. 5,2 Volumsprozent, also Martin Luther greift an. Bin schon sehr gespannt. Ja, das bayerische Hell-Mini riecht schon mal gut, schaut gut aus. Hat eine schöne Krone, Blume. Diesen habe ich mal aufgekriegt. Vom Aussehen her, wie es sein soll, ein helles aus Bayern. Ach so, ich dachte erst mal so, die Flasche klein und dick passt zu mir. Ich will das nie behaupten, sowas. Wir großen Schlanken schauen sowas nicht. Sagt auch, was zum anderen hast du auch lange gewonnen. Wohl sein. Ja, also das bayerische Hell-Mini kann man durchaus trinken. Ist aber, muss ich sagen, jetzt auch nicht so ein Geboom, sondern es ist ein exzellentes Weckgebier. Also da würde ich auf jeden Fall weitermachen. Da würde ich weitermachen. Ja, so geht es mir mit dem Lutherbier. Es trinkt sich angenehm. Der Abgang ist jetzt nicht so ganz das meine. Es riecht mir ganz gut. Ja. Auch da hat es eine leicht rauchige Note vom Geruch. Ja, und auch im Abgang interessanterweise. Obwohl es also irgendwie nicht wegschaut, da steht nichts drauf. Der hat doch eindeutig eine rauchige Note. Ja, aber es ist nicht, dass... Da sparst du ja gleich den Sechspeck. Ja, genau. Es ist nicht, dass die Autor irgendwie gekennzeichnet. Naja, der Unterschied zwischen einer rauchigen und einer röstigen Note ist ein gewaltiger, finde ich. Ja, ja, aber Rauchbier ist jetzt auch nicht eigentlich meins, aber ich finde es jetzt dort nicht so prominent, dass es mich jetzt eklatant stört. Aber das ist jetzt was, was ich jetzt zum Beispiel nicht zu Süßigkeiten trinken könnte. Also jetzt zum Lebkuchen ist das das falsche Bier. Zu jausen kann man es nehmen. Ja, die Bayerisch Helle ist angenehm zu bringen. Ein absoluter Allrounder, für jede Gelegenheit trinkbar. Ja, das Lutherbier wird schon wie so ein klassisches Bier auf Mittelalter-Märkten oder so. Rauchbiere kriegst du auf Mittelalter-Märkten, zumindest in Österreich, eigentlich gar nicht. Na? Na. Aber ist natürlich schon so, dass also gerade, ich glaube das Augsburger Rauchbier und so, also es ist überhaupt auch fränkische Rauchbiere, sind sehr gerühmt. Ja. Und von der Art, also von der Machart her auch schon sehr alt. Ich habe hier dann ein Ambar, Spezial. Und jetzt haben wir wieder eine Sprache, die ich halt nicht kann. Aber es ist eine Premium Quality Lagerbier. Und Cerveceros, das ist wahrscheinlich eine Brauerei, Independientes. Eine unabhängige Brauerei. 5,2 Lungsprozent. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, genau aus welchem Land das stammt. Irgendwas Spanisch Sprechendes. Vielleicht kann uns da jemand... Zaragoza, kann das sein? Ja. Laborada in Zaragoza, die ist sie... ...desde... ...1900. Keine Ahnung. Wir werden also wahrscheinlich mal wieder auf eine grafische Einblendung hier unten warten müssen, wo dann steht, welches Land das ist. Außer, das war es schon. Also, aber trinken werden wir es trotzdem. Ja. Wie gesagt, beim Lagerbier kann man zwar seit neuestem Weise auch Sachen falsch machen, aber grundsätzlich ist ein Lagerbier etwas, was ich trinke. Im Craft-Bier-Kalender haben wir ein Urstroh-Bier. Das natürliche Ale. Warum man in einem Flensburger Bier-Ale draufschreibt, aber gut, okay. Zutatenwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hefe, Hopfen, Zutaten aus kontrolliert ökologischem Anbau, obergärig, handwerklich gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, mit Gerstenmalz aus Schleswig-Holsteiner Gerste, vom Gut Hohenheim und Aromahopfen. 5,5 Volumsprozent. Und die spanische Einklemmung ist es aus Spanien, aus Saragossa. Und es hat mal wieder... Warum schaue ich immer auf die schwedischen Sachen? Kann es nicht auf Deutsch auch irgendwo stehen? Cerveza Especial, Lager Bier, Bier Especial, Lager Öl, Lager Öl, Olut. Lager Olut ist auch noch finnisch. Nein, es steht auf Deutsch gar nicht drauf. Es ist so. Also, Watten ist Wasser, Kornmalz ist... Ja. Ja, ich komme mit den Zutaten. Leider Gottes sind diese Sprachen nicht zurecht, aber es soll's. Es ist aus Spanien und das ist ein spanisches Lagerbier und deswegen trinken wir jetzt einfach ein spanisches Lagerbier. Ja, das Flensburger ist in der Natur drücken, wie man sieht. Prost. Prost. Ich weiß nicht, mein Geschmack sagt mir einfach, er mag das nicht schmecken, nicht so gern. Also es ist nicht schlecht, es ist nur nicht für meine Zunge geeignet. Also meine Zunge sagt, Hühner. Und das Flensburger ist... Das schmeckt so asiatisch. Asiatisch, okay. Also das Flensburger ist okay. Der Grieche war ja zum Beispiel auch sehr fein, aber das ist halt jetzt wieder so... Das hat das gestern gehe. Ja. Oh, das Urstrom riecht ja schon mal sehr gut. Ja, riecht sehr gut. Es hat so diesen... Also es ist nicht ganz so citrusartig wie ein IPA-Sel. So ein normales IPA, aber... Ja, aber es hat dann schon so Citrusnoten. Ja, ja, hat es. Das macht ja, ja. Ja. Und es ist angenehm zu trinken, also... Das ist ja urgut. Das Urstrom ist urgut. Ist ein herberes, nicht extrem herbes Bier, aber sehr geschmackig. Also für mich heute hat sich das letzte Bier im Test auf den ersten Platz katapultiert. Die Spanische dient mich schon ein eigenartiger Nachgeschmack. Ja. Na, es kam in meinen Mund und irgendwie hat mein Mund gleich gesagt, trink das nicht. Also trink ich jetzt noch einmal, aber... Nein, es trink mir ein eigenartiger Nachgeschmack. Das war gleich so im Geschmack her so ein... Ja, es ist halt wie es ist. Es ist scherb im Abgang, aber doch irgendwie unangenehm. Also, das wäre ein Bier, das ich nicht haben müsste. Danke. Vielleicht in Spanien, wenn es 40 Grad hat und ich komme gerade vom Wellenreiten oder so irgendwas. Du tust Wellenreiten? Also, er meint, dass man fiktiv würde erst trinken. Ich würde Wellenreiten. Dann könnte ich mir vorstellen, ich würde den Durst vom Salz wassen. Dann würde ich trinken, aber sonst würde ich doch eher vermeiden. Daher kommt wahrscheinlich das auch, dass so viele Urlauber jetzt gerade, dem Deutschen wird das ja gerne nachgesagt, wobei ich die Österreicher dafür genau gleich halte, ja, dass sie am liebsten im Urlaubsort dann doch Bier aus der Heimat trinken. Oder halt für den Österreicher Deutschbier tut es auch. Ja, aber es ist halt... Wir sind bierhagelig. Heikel sind ja nicht, was Bier beschrifft schon teilweise. Aber das geht mir als Weinviertler so. Ich habe schon Probleme mit Burgenländerwein oder mit steirischem Wein. Ich mag halt meinen Tournamentländer oder mein Wäldeschädling aus dem Weinviertel haben, ne? Ich habe keine Ahnung, was da an geschmacklichen Unterschieden sind. Aber ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Weintrinker, ich bin also der Wein... Ja, wenn ich einen Wein habe, dann schlucke ich ihn halt. Aber im Mittelalter war ja Wein ebenfalls weit verbreitet, oder? Ja, den haben sie bis Jörg drauf angebaut. Ja, aber es war schon wie Bier. Es wird viel zu sehr vernachlässigt, wie viel Most getrunken wurde. Das denkt keiner an Most. Das ist wirklich total krass, weil es war dieses Bier und dieser Wein wäre viel aufwendiger als Most. Und Most hast du einfach gekriegt und Most war weit verbreitet. Und keiner redet über den Most. Es ist so. Eine traurige Entwicklung, die der Most gemacht hat, der im Mittelalter sehr prominent war. Was aber nicht kommuniziert wird, weil heutzutage, wenn sich keiner für Most interessiert, forscht auch keiner, was der Most damals gemacht hat. Das ist einfach nicht das Interessengebiet. Das macht einen traurig. Und ich habe auch noch nie gelesen irgendwo im Mittelalter von Most, sondern immer nur von ausgezeichneten Bieren oder ausgezeichneten Weinern. Ja, weil das selten war und dann über alltägliche Sachen nicht geschrieben hat. Most war so verbreitet, den hat jeder trunken. Deswegen schreibt keiner drüber, weil das eher jeder kennt. Im Mittelalter ist es genauso wie Gesetzestexte. Du verbietest nur Sachen, die gemacht werden. Sonst brauchst du es ja nicht verbieten. Du hast eigentlich immer anhand der Gesetzestexte gemerkt, was sehr verbreitet war. Dann haben sie halt Gesetze dagegen erlassen, wenn es ein Problem worden ist. Du machst nicht irgendwie ein Gesetz, um Sachen zu verhindern, die vielleicht mal kommen könnten, sondern du machst ein Gesetz dann, wenn du merkst, es wird gemacht und es ist ein Problem. Und man schreibt über besondere Sachen. Man schreibt über besondere Essen, über besondere Rezepte. Es schreibt keiner eine Kochanleitung von etwas, was jeder kann. Wenn da steht, rupfe den Schwan wie eine Gans, liegt es daran, dass jeder schon mal eine Gans oder eine Händel gerupft hat. Das ist so verbreitet, dass man einfach nur sagt, Schwan, genau so. Ist so. Und deswegen schreibt keiner über Most, weil den Most hat halt jeder getrunken. Also alle Most-Historiker, ihr seid aufgefordert. Most im Mittelalter. Ja, aber in der Literatur steht schon drin, dass sehr viel Most getrunken wurde. In der Literatur, man weiß es ja, dass sie es gemacht haben. In welcher Literatur? In Fachliteratur. Aha. Nicht in Romanen. Ja, ja, ist mir schon klar. Nicht in Filmen, leider nur in Fachliteratur, dass das mal erwähnt wird. Aber genug erwähnt, ich habe eine Reihung vorzunehmen. Und zwar, das Urstrom kommt bei mir auf jeden Fall auf Platz 1. Platz 2, und zwar sehr, sehr dicht gefolgt, weil es einfach ein extrem gutes Bier ist, Bayerisch hell, aber das Urstrom hat mich jetzt einfach mal so geschmacklich gepackt, mir einen Wow-Effekt beschert, weil eben mal was Besonderes. Wahrscheinlich kein Bier, was ich jeden Tag trinken würde, aber also wenn du es mal so trinkst und dir einfach denkst so, wow, hat es seinen ersten Platz verdient. Absolut auf gleicher Augenhöhe sozusagen das Bayerisch hell. Das ist wirklich sehr, sehr fein, würde ich immer wieder trinken. Platz 3 ist, ja, bei mir das rauchige Bier, das Lutherbier. Obwohl ich kein Fan von rauchigen Bieren bin, aber das Ambar aus Saragossa schmeckt mir halt so richtig nicht. Und hat deswegen den vierten Platz belegt. Und damit ist klar, die Reihung. 1, 2, Craftbier, Deutschland, Österreich und international. Bei mir ist Bayerisch hell auf Platz 1, am Urstrom auf Platz 2, auf Platz 3 das Lutherbier, das rauchige, und auf Platz 4 das Ambar, wo ich schon gespannt bin, wer beim Knobeln verliert, wer das jetzt von austrinken darf oder muss. Ich denke mir einfach, wir trinken dann einfach unsere Favoriten zum Schlussschluck. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo nicht vergessen, dann auch nicht vergessen, Klingel zu drücken, eure Kommentare unten in die Kommentarsektion. Wünsche, Anregungen oder eigene Kritiken. Wir sehen uns bis die Tage. Tschüss, euer Arnold von KWRTV und Alles Liebe von Manfred, nämlich demachen Mund schenkt. Wohlsein. Zum Wohl.